Wie können Beteiligungsprozesse in Kommunen über einzelne Projekte hinaus verankert werden? Beteiligungsprozesse können auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen auf kommunaler Ebene verankert werden. Das hängt oft auch damit zusammen, was die Kommunalverfassungen dazu sagen, zum Beispiel ob Jugendbeteiligung eine sogenannte Muss-Bestimmung ist oder im jeweiligen Ermessen der Kommune liegt. Regelmäßige Beteiligungsformate sind wichtig, aber auch zum Beispiel eine Verankerung des Themas in der Tagesordnung, des Gemeinderates oder des Stadtrates. In unserer Broschüre finden Sie dazu aus 16 Kommunen deutschlandweit praktische Beispiele und Tipps, wie Beteiligung nachhaltig verankert werden kann. Bis zum nächsten Mal.